The Last of Us ist jetzt schon eine Weile zu Ende und natürlich habe ich mir die Tage oder die Wochen jetzt, nachdem die letzte Folge released wurde, mir auch nochmal ein paar Gedanken zu der Serie gemacht. Weil man sagt ja immer, einem fallen Dinge erst im Verlauf der Verarbeitung von etwas auf. Ein Film, den man geguckt hat, da ist man immer mehr gehypt drauf, als wenn man ein Jahr später nochmal guckt und dann fallen einem kleine Dinge auf und man hat nochmal eine andere Meinung dazu. Dasselbe habe ich bei The Last of Us durchgeführt und ich habe ja auch schon erwähnt, dass ich nochmal quasi ein großes Review zu kompletten Serien mache und das ist heute der Fall. Also heute gibt es quasi das große Serien-Review-Recap-Kritik-Video. Keine Angst, ich werde jetzt nicht nochmal spezifisch auf jede Folge einzeln im Inhalt eingehen, sondern einfach die Serie einmal so Revue passieren lassen, meine Meinung zu der kompletten Serie einfach mal darlegen und ja, damit quasi Staffel 1 wirklich komplett abschließen und mich dann auf Staffel 2 vorbereiten und freuen. Aber ohne viel rumlabern, dann heiße ich euch dann erstmal herzlich willkommen zu der neuen Folge von... Ja, wie schon gesagt, man denkt im Nachhinein über manche Dinge ja nochmal anders. Man urteilt ja nochmal verschieden, wenn man irgendwas erstmal verdaut hat. Und ähnlich war es bei mir jetzt im Verlauf der letzten Zeit bei The Last of Us. Also um das grobe Thema direkt mal abzuschließen, wie finde ich The Last of Us auf einer Serienskala von 1 bis 10, wobei für mich jetzt als Beispiel 10 The Walking Dead wäre, obwohl selbst The Walking Dead hier und da auf jeden Fall Macken hat. Aber ich würde, wenn ich in Punkten bewerten müsste, würde ich sagen, The Last of Us kriegt von mir als Serie insgesamt eine 8,5 von 10, würde ich sagen. Dazu muss natürlich gesagt sein, ich beurteile das hier als jemand, der das Spiel gespielt hat. Das heißt, ich habe die Serie vielleicht nochmal anders wahrgenommen als jemand, der das Spiel nicht gespielt hat. Da gibt es ganz viele Reviews auch auf YouTube zu sehen von Leuten, die das Spiel nicht gespielt haben und halt einfach die Serie als Serie bewertet haben. Als Beispiel auf dem Kanal von Moviepilot. Da haben die einen Review quasi dazu gemacht aus der Sicht, weil er das Spiel nie gespielt hat. Einfach trocken nur die Serie als Serie bewertet. Fand ich super interessant, weil es halt nochmal echt tatsächlich andere Dinge gab, wo man irgendwie die Serie dran bewertet hat. Also wie gesagt, im Groben gesagt, eine super Serie. 8,5 von 10 Punkten, würde ich sagen. Aber gehen wir mal ein bisschen spezifischer darauf ein, warum zum Beispiel keine 10 von 10 und auch warum keine 5 von 10. Also zuallererst würde ich sagen, die Länge der Folgen und der Serie an sich, muss ich sagen, ich hätte es mir ein bisschen mehr gewünscht. Also die Folgenlänge war okay. Es waren manche halt extrem lang. Ich glaube, die längste war ja über eine Stunde, glaube ich, sogar fast mit Abspann und so einen Scheiß. Und die kürzeste war, ich glaube, 40 Minuten, 45 Minuten, so um den Dreh, glaube ich. Aber so an und für sich die Serienlänge, ich hätte mich gefreut, wenn man 2, 3 Folgen mehr gemacht hätte. Und dann einfach manche Dinge, die im Spiel auch, sage ich mal, ein bisschen ausführlicher gedehnt wurden, einfach in die Serie reingebracht haben. Wobei ich direkt mal zum größten Kritikpunkt wahrscheinlich der ganzen Serie komme. Und zwar war das Folge 3, glaube ich, war es. Und zwar die Folge mit Frank und Will. Ich weiß noch genau, wo ich das Video zu dieser Folge hochgeladen habe, war die Kommentare-Sektionen so gespaltet, wie sie nur hätte sein können. Und ich verstehe es. Im Nachhinein muss ich sagen, ich fand die Folge an sich nicht schlecht. Das große Thema, was viele sagen, dass das einfach wieder der Wokeness geschuldet war, dass diese Folge gebracht wurde, verstehe ich tatsächlich nicht so wirklich. Ich sage, wie es ist. Ich fand die Folge alleinstehend an sich, fand ich interessant, super. Ich fand es toll. Ich mochte den Charakter Bill irgendwie in dieser Folge, weil er halt einfach dieser Prepper, dieses auf diese Apokalypse sowieso schon vorbereitet bis hin hingegen. Fand ich einfach super. Aber, und jetzt kommt es zu dem großen Punkt, dafür eine ganze Folge zu opfern in der Serie, die sowieso schon sehr kurz war, da verstehe ich jeden Einzelnen, der sagt, diese Folge war unnötig. Denn man hätte diese Story zwischen den beiden auch einfach auf die Hälfte der Folge kürzen können. Ich hätte mich über Interaktion zwischen Joel und Bill gefreut. Und auch vor allem zwischen Ellie und Bill. Und vor allem haben sie halt die Charakter-Story komplett verändert, wie sie im Spiel war. Und das fand ich halt ein bisschen scheiße. Dafür eine ganze Folge zu opfern, um Charaktere vorzustellen und die am Ende wirklich sterben zu lassen, bedeutet diese Charakterentwicklung, die wir in dieser Folge sehen, hat kein Einfluss auf die Serie. Selbst nachher die Folge in der Mall war ja wirklich nur ein Flashback zum größten Teil. Aber sie hat trotzdem mehr, sag ich mal, geschildert und erklärt, warum jetzt das Ellie so ist, wie sie ist und wie das alles passiert ist, als die Folge mit Bill und Frank. Das muss man einfach sagen, das war auf die ganze Serie bezogen die schlechteste Folge und auch die schlechteste Entscheidung. Denn diese Folge allein fand ich, wie gesagt, nicht schlecht, auf gar keinen Fall. Die fand ich echt unterhaltsam und super. Aber sie hat in der Serie einfach nichts zu suchen gehabt. Das muss man einfach mal, da muss man auch differenzieren, sag ich mal. Der nächste Minuspunkt geht gleich auch an Charaktere, die geändert wurden. Beziehungsweise nicht so waren wie im Spiel. Und zwar Henry und Sam. Mein größter Kritikpunkt daran, warum wurde Sam hauptstumm gemacht? Ich verstehe es nicht. Es macht null Sinn auf die Serie bezogen, weil es halt auch einfach null mit den Spielen zu tun hat. Auch vom Alter her, glaube ich, da ist halt schon ein gewaltiger Unterschied. Zumindest optisch, finde ich. Schauspielerisch, keine Frage. Super, keine Frage, wirklich. Aber es macht in meinen Augen keinen Sinn, diesen Charakter da taubstumm darzustellen, weil was hat uns das jetzt mehr oder weniger gebracht? Das verstehe ich halt nicht. Ist zwar nur ein kleiner Punkt, aber es ist ein Punkt, der mich halt enorm nervt, weil ich natürlich mit den Augen einer Person sehe, die das Spiel gespielt hat und sich gedacht hat, komm, die Serie soll akkurat sein, dann mach doch alles akkurat. Natürlich auch nur ein kleiner Minuspunkt auf die ganze Serie bezogen. Ein Punkt, der aber für mich ein riesiges Manko ist, ist die Anzahl der Infizierten. Warum, warum zum Fick haben sie so wenig Infizierte in diese Serie gebracht? Vor allem ab, sage ich mal, Folge 4 kam ja keine mehr. Es war ja niemals wieder einer da. Gefühlt so einmal noch oder zwei einzelne, die man mal gesehen oder gehört hat. Aber man hat diese Art von Infizierten neu erzählt, indem man sagt, okay, es ist nicht dieser Pilz mit den Sporen, die in der Luft rumfliegen, der infiziert, sondern es sind diese Ranken, die halt aus dem Mund kommen. Das heißt, man muss wirklich gebissen werden. Die Gefahr durch diese Luft, verseuchte Luft, war ja schon mal nicht da, was schon schade war. Aber gut, man kann es schlecht darstellen und es ist auch ein bisschen unrealistisch darzustellen, weil halt auch in den Kleider die ganzen Sporen hängen bleiben, ist ja alles verständlich. Aber dann bringt man auch so Zombies rein mit so einem krassen Design. Die ersten Klicker, holy shit, das war übergut gemacht. Allgemein alle Infizierten. Und dann kommen die so selten vor. Es gab insgesamt, ich glaube, drei Folgen, wo man wirklich effizient viel Infizierte gesehen hat. Das ist das, was mich nervt. Man hätte das wesentlich, diese Gefahr war halt einfach nicht da. Und da hoffe ich einfach in The Last of Us 2, in der Serie, mehr zu Gesicht zu bekommen. Wo man dann natürlich sagen muss, im Spiel sind es ja schon nicht so viele. Da war so, da habe ich so ein bisschen Schiss vor. Finde ich auch ein bisschen schade, muss ich echt sagen. Finde ich ein bisschen schade. Ja, das war es so weit zu den größten Negativpunkten an der Serie. Kommen wir jetzt mal zum Positiven. Zum einen die Besetzung. Ja, ich weiß, Bella Ramsey sieht nicht so aus wie die Ellie aus dem Spiel. Oh mein Gott. Ja gut, Pedro Pascal sieht auch nicht so aus wie der Joel aus dem Spiel. Nichtsdestotrotz kaufe ich beiden diese Rollen ab. Und das ist das Wichtige. Ich verstehe wirklich nicht die Leute, die sich so enorm über diese schauspielerische Besetzung aufregen. Weil für mich, wenn die Rolle gut rübergebracht wird, ist das Aussehen doch erstmal wirklich zweitrangig. Ich muss einfach abkaufen, dass das da Ellie aus dem Spiel ist. Und dass da Joel aus dem Spiel ist. Und das habe ich in den meisten Fällen abgekauft. Deswegen die Besetzung fand ich einfach genial. Pedro Pascal ist sowieso ein unfassbar guter Schauspiel. Und hat einfach in so eine, wie Julia auch ist und ich nenne es mal, Cowboy-mäßige Rolle halt super reingepasst. Wie gesagt, auch Bella Ramsey. Top Ellie. Besetzung finde ich top. Und jetzt auch direkt zum größten Pluspunkt oder zum größten positiven Punkt der Serie. Diese verdammte Akkurarität der Serie. Und daran muss oder kann sich jeder Film, jede Filmspiele-Adaption, jede Spiele-Serien-Adaption alle eine Scheibe von abschneiden. Ich nehme als schlechten Vergleich die Resident Evil Filme. Die haben gefühlt nichts mit den Spielen zu tun. Und jetzt The Last of Us, es ist perfekt in der Hinsicht. Es ist perfekt, so super umgesetzt. Man hat echt das Gefühl in so vielen Szenen. Man ist im Spiel. Dialoge, die wirklich eins zu eins gleich sind. Szenen, die wirklich eins zu eins gleich sind. Und das verdient so fetten Respekt, dass sie das so geschafft haben, so gut umzusetzen. Klar, mit hier und da ein paar kleinen Veränderungen. Manche, die einfach der Situation geschuldet waren. Manche, die vielleicht einfach eine doofe Entscheidung waren. Wie gesagt, Sam Taub und so weiter. Aber an und für sich unfassbar gut umgesetzt. Und ich würde auch sagen, für mich, der das Spiel gespielt hat, hat das die Serie halt nochmal extrem aufgewertet. Ich glaube, ich hätte es egal, wie gefeiert. Aber da ich wirklich Szenen gesehen habe, die ich auch im Spiel gesehen habe, war das einfach unfassbar gut. Es hat einfach die Serie in der Hinsicht abgerundet. Aber halt auch aus der Sicht jemanden, der die Serie vielleicht, der das Spiel nicht gespielt hat. Die Serie ist halt deswegen nicht schlechter oder so. Weil man erlebt ja trotzdem dieses Abenteuer, was halt Ellie und Joel da durchmachen. Und es gibt auch jetzt nichts, was zum Beispiel nur Leute wissen, die das Spiel gespielt haben. Natürlich wissen die schon, okay, ja, der stirbt und das passiert. Und hier, der und der ist böse. Das wissen wir, die das Spiel gespielt haben. Ist ja klar. Aber an und für sich, es wird ja trotzdem alles irgendwo erklärt. Gibt jetzt nicht so einen Punkt am Ende der Serie, wo die Seriengucker, die das Spiel nicht gespielt haben, so sagen, okay, aber das wird jetzt gar nicht erklärt. Und wir so, als die das Spiel gespielt haben, haha, ja, weißt du das nicht. Gibt es halt nicht. Und das ist das Gute. Natürlich sind wir auch schon gespoilert auf Staffel 2. Aber scheiß drauf. Einfach zu sehen, wie es umgesetzt wird, ist halt einfach episch. Und kommen wir jetzt nun zum Abschluss. Und zwar quasi zu dem Punkt, der mich jetzt die letzten paar Tage sehr irritiert hat. Und zwar habe ich jetzt nochmal zwischenzeitlich so auf TikTok ein paar The Last of Us Edits gesehen und so weiter. Und ich muss sagen, und das ist das, was ich interessant finde. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich das Spiel halt gespielt habe. Die Serie an sich ist jetzt nicht so eine Serie, die mir so krass im Gedächtnis geblieben ist, dass ich sage, oh mein Gott, die Serie kann ich mir immer und immer und immer wieder angucken. Ist natürlich meine persönliche Meinung. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich einer der wenigen. Vielleicht ist es aber auch einfach so eine Mehrheit, die da sagt, okay, schöne Serie, einmal geguckt, super toll. Keine Frage, aber es ist nicht so eine Serie, die für mich einen Widerschau-Aspekt hat. Vielleicht kann man das nachvollziehen. Denn ich bin der Meinung, die Serie ist halt, wie gesagt, vielleicht liegt es auch daran, dass ich das Spiel gespielt habe, nicht so prägend gewesen. Also es ist so wie ein Film, den man sich angeguckt hat, der aber auch direkt rund abgeschlossen ist. Klar, es kommt Staffel 2, aber sind wir mal ehrlich, der Bezug zu Staffel 1 oder zu Part 1 ist halt jetzt nicht so riesig, dass man sagen könnte, okay, man muss Staffel 1 gesehen haben, um Staffel 2 zu sehen, weil das ist halt Bullshit. Das wird alles in Staffel 2 wahrscheinlich nochmal erklärt werden. Aber für mich hat es halt nicht mehr diesen Wiedersehenswert geweckt. Nicht, dass das bedeutet, dass die Serie schlecht ist, sondern einfach, dass es für mich bedeutet, das ist eine an sich gute Serie und die kann man sich angucken. Aber es ist halt nicht so dieses, wow, hat mich das jetzt berührt und bewegt, dass ich jetzt unbedingt nochmal und nochmal und nochmal gucken müsste. Ja, es ist schwer zu erklären. Auch, finde ich, ist die Serie relativ schnell jetzt untergegangen wieder. Also die Serie ist zu Ende gewesen und es ist halt jetzt alles so ruhig um die Serie geworden. Das ist dieser Punkt. Wenn man sich jetzt anguckt, ob es jetzt Marvel-Filme sind, ob es jetzt The Walking Dead ist, ob es die Scream-Filme momentan auch wieder sind, da ist so eine Bubble, die sich da immer noch dauerhaft bewegt. Also da ist immer Bewegung drin und es wird immer quasi nochmal hier gezeigt, okay, hier, das ist noch ein Easter Egg und hier und da und da. Und das finde ich bei The Last of Us nicht so. Also es ist jetzt relativ ruhig um die Serie geworden. Die hatte ihren Hype, mehr oder weniger auch auf TikTok und Instagram Reels und, und, und. So hier, okay, Theorien da, Easter Eggs hier. Und die Serie war zu Ende und das ist gefühlt aus dem Internet verschwunden. Was ja auch nicht schlecht ist. Es ist aber halt, das zeigt, finde ich, dass es eine Serie ist, die man sich einmal anguckt und dann ist es auch okay. Und die Serie hat auch Spaß gemacht und es ist super toll. Wie gesagt, vielleicht liegt es daran, dass ich das Spiel gespielt habe. Vielleicht auch nicht. Und deswegen sind wir jetzt an dem Punkt angekommen, wo ihr gerne mal in die Kommentare schreiben könntet. Wie würdet ihr die Staffel oder die Serie an sich einschätzen? Ist es bei euch ähnlich so, dass ihr jetzt sagt, okay, ist eine geile Serie gewesen, super gut, da können sich so viele Serienmacher eine Scheibe von abschneiden. Aber es hat für mich nicht diesen Wiederspiel-Sehens-Wert. Seht ihr, was ich meine? Schreibt es gerne mal in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Auch allgemein eure Meinung zu der ganzen Serie. Im Großen, jetzt nicht auf einzelne Episoden bezogen, sondern einfach, wie fandet ihr die Serie? Und ich sage es, wie es ist, ich freue mich enorm auf Staffel 2. Freut ihr euch auf Staffel 2? Und ich muss sagen, ich glaube, bei Staffel 2 wird es nochmal was anderes, weil das ein bisschen emotionaler, noch emotionaler wird, glaube ich, und halt sehr viel Diskussionsstoff mit sich bringen wird, wie das Spiel es ja schon gemacht hat. Für die, die das Spiel nicht gespielt haben, es wird anders. Nichtsdestotrotz freue ich mich enorm drauf. Und am Ende, wie gesagt, sei nur gesagt, lasst eure Meinung gerne mal in den Kommentaren da. Und ja, das war dann mehr oder weniger hier das letzte Video zu The Last of Us-Serie Staffel 1. Staffel 2 werde ich natürlich auch wieder Reviews und Recaps und dann auch so ein End-Review machen, damit man einfach mal einen Vergleich so zwischen den beiden davon sehen kann. Und jetzt möchte ich euch schon mal quasi darauf bereithalten, was nächstes Wochenende alles passieren wird auf diesem Kanal. Und zwar, es wurde sich vor längerer Zeit schon mal gewünscht, dass ich mal meine Favorite-Animes liste. Und daran habe ich mich jetzt gesetzt und da habe ich eine Top-10-Liste gemacht. Heißt, wenn ihr euch zufällig dafür interessiert, also für Anime ist es an und für sich, haltet auf jeden Fall nächstes Wochenende wieder ein. Ich weiß noch nicht, ob es am Freitag, Samstag oder Sonntag kommt. Das steht mal noch in den Sternen. Aber ich denke mal, Anime-Leute hier auf dem Kanal sind vielleicht gar nicht mal so viele. Aber an und für sich, ich werde auch in dem Video noch ein paar Worte zu Anime direkt sagen, weil das ja auch immer eine sehr, sehr gespaltene Meinung in der Gesellschaft ist. Und an dem Wochenende, das steht aber nur nicht 100% fest, kommt entweder ein ganz spezielles Video zu Negan aus The Walking Dead, natürlich. Zu Negan ein ganz spezielles Video. Es wird auch sehr viel Arbeit in den Kauf nehmen, glaube ich. Oder es kommt ein Video zu Scream bzw. Ghostface an für sich selbst. Eins von den beiden wird es auf jeden Fall sein. Ich weiß noch nicht welches. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie gespannt ihr seid. Und schreibt mir auch gerne in die Kommentare, wollt ihr lieber ein Video über Negan sehen? Oder Ghostface Scream, also The Walking Dead Scream, Horror, Film, Horror-Serie. Entscheidet ihr. Ich werde mich darauf auf jeden Fall ein bisschen einlassen. Ist ja am Ende des Tages egal, wann was hochgeladen wird. Deswegen, ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und wenn ihr euch für solche Videos, Reviews, Recaps, interessante Fakten oder News zu Filmen, Serien und Sonstigem interessiert, wenn euch solche Sachen am Herzen liegen, dann schaut doch gerne auf dem Kanal vorbei. Vielleicht findet ihr hier 1, 2, 3 Videos, die euch auch gefallen könnten. Und wenn ihr schon da seid und der Kanal euch gefällt, lasst gerne ein Abo da. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und jetzt möchte ich nicht noch länger rumlabern, als ich es so mache. Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn wir uns nächstes Wochenende wiedersehen und ich dann selbstverständlich auf derselben alten Couch. Aber bis dahin bin ich erstmal raus. Ciao.